da kriegen wir schon wieder zu viel auf den Sack und ich habe vergessen die Beschwörungen zu benutzen die ich sowieso habe, die ich benutzen sollte also ja ich glaube schon dass wir auf dem richtigen Level für das Gebiet sind wir müssen uns dürfen wir uns nur nicht so tappig anstellen so die Falle sind schärf du bist ein Waffenmeister okay ja jetzt kommen sie wieder nicht mehr ja komm du ruhig her ja 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 du benutzt deine Heilung du benutzt auch gleich mal den Imp so die ja warum die manchmal so lange brauchen um ihre ähm zweite Luft zu benutzen das ist furchtbar Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, wir machen es einfach so, wir töten sie, bevor sie aus ihren Gräbern auferstehen Habe ich noch irgendwas, was ich benutzen könnte? Äh, da das Anlauf, lass mal die Funken fliegen Oh Fenrir wiederbeleben Wir haben schon wieder versagt Wir haben wirklich zu schnell zu viele Was das Problematische an der Sache ist Hallo, ihr sollt den da angreifen Jetzt Rückzug Okay, soviel Zurückzug Der steckte garantiert noch in irgendeiner, ähm, äh, Wachphase, nachdem er seinen tollen Switcher-Vidu-Angriff da gemacht hat Der mich einfach völlig aus dem Konzept bringt Ich bin hier, auf einmal Der Schiff, der kommt um die Lichter Ich bin hier, die Musik Ja, wirklich von der Schiff, der Schiff ist Kommt, wir versuchen hier so schnell wie möglich ab, wegzuhauen. Oh. Und jetzt suchen wir das Weite. Bitte etwas schneller das Weite suchen. Und du heilst dich jetzt. Bitte? Danke. Au. So, dir das. Oh. wo zur hölle stehst du welcher schwein hat die winde tentakeln gerufen okay ich hätte mich zurückziehen sollen nicht gleich wieder rein rennen das war der große fehler aber ich glaube so viele böse stellen gibt es da an der stelle nicht ich habe nicht gesagt dass du stehen bleiben sollst ja doch gekriegt du sollst trennen nicht stehen bleiben und kämpfen du bist sofort zweite luft und ihr rennt da nicht rein wie idioten ernsthaft wir leben noch wenn eben noch unter kampf hat aufgehört ja das problem ist hat wirklich die tragen außergewöhnliche sachen die kerne ich bin jetzt mal was größeres ja 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 so die nicht gut aber wir sind ja hallo vd bitte mal ganz schnell weg ja xoti braucht einen priester xoti ist der priester hier unten wäre es echt besser statt xoti palagina bei dabei zu haben so holen wir uns mal verstärkung oder ein bisschen mehr verstärkung so das war jetzt aber ein paar ist es eigentlich pro kampf oder pro pro ruf war so ok zauber buch als unzauber aus außergewöhnliches zeug wir haben eine kette an der wir ziehen können oh nix ist eine zutat und ein trich ein stilett dargul scharfschütze dargule ja Bis zum nächsten Mal.